Ein wichtiges Thema, auch wahnsinnig aktuell, natürlich das Thema Abtreibung, das auch für die Frauen eine große Rolle spielt, das diskutiert wird. Lernen wir einen literarischen Text in der Getriebe oder machen wir erst mit einem Zitat? Vielleicht machen wir erst mal ein Zitat. Erstes Ziel war, dass man die Frau sozusagen die Welt trägt und dass das auch jeder tun kann. Man kann jetzt dann, ab morgen wahrscheinlich, diese Eidens nehmen, runterladen, sich auf T-Shirts drucken, auf Mappen. Der Auftritt ist hier in der Getriebe, zum Beispiel in der Postkarte von ihr, wo sie hinterher in autobiografischen Erinnerungen beschreibt, dass es bei der Verdienst auch nicht so wahnsinnig hoch war. Und so plötzlich muss die Möglichkeit beabschieden. Schon der Menschheit empfinden die meisten Wörter es. Und dort gibt es tausende von Frauen, die so leben. Die meisten feiern die Person aus Muss. Bei mir war es auch manchmal ein Muss.